Willkommen zu eurer neuen Filmkritik, Knock at the Cabin, der neue Film von M. Night Shyamalan ist jetzt raus und wird ganz, ganz sicher die Gemüter spalten. Kennt ihr das, wenn jemand fragt, was würdest du in abgefahrener Situation XY machen? So in etwa das Feeling hatte ich die ganze Zeit in dem Film, dass man sich die ganze Zeit denkt, boah, klingt super abgefahren, was zur Hölle würde ich da machen? Ich hatte ein bisschen so das Gefühl, dass der Regisseur hier wieder zu seinen alten Stärken zurückfindet, leider aber nicht ganz. Warum genau? Darum geht's jetzt. Das Paar Eric und Andrew verbringt seinen Urlaub gemeinsam mit Töchterchen Van in einer abgelegenen Hütte in der Natur. Beim Spielen im Wald trifft die kleine Van auf den sanftmütig wirkenden Lennart. Das Familienidyll nimmt daraufhin ein jähes Ende, als dieser sich plötzlich begleitet von drei weiteren bewaffneten Fremden gewaltsamen Zutritt zur Hütte verschafft und die Familie als Geisel nimmt. Die Eindringlinge erzählen von einer mysteriösen Vision und fordern von ihnen eine unvorstellbare Entscheidung, ein Opfer, um die Drohung der Apokalypse abzuwenden. Nun muss die Familie entscheiden, was sie glaubt, bevor alles verloren ist. Sind sie wirklich dazu auserwählt, die Welt zu retten? Oder handelt es sich bei Lennart und seinen Begleitern um eine wahnsinnige Sekte? Knock at the Cabin, der neue Film des Regisseurs M. Night Shyamalan ist raus. Der ist ja relativ kontrovers unterwegs gewesen, so fand ich Unbreakable oder Split fand ich von ihm wahnsinnig, wahnsinnig toll. Der hat damals immer ganz krass mit diesen Sachen gespielt, so ist das jetzt A oder B? Ist das jetzt so oder so? Und hat auch einige krasse Twists in seine Filme eingebaut, aber so die letzten paar Filme hat er irgendwie das alles über den Haufen geworfen und nur noch so Standard-Hollywood-Shit gemacht, wo ich mir dachte, hey, das hätte jetzt auch jeder andere sein können und so und dementsprechend waren die Filme auch richtig, richtig scheiße. Ich kann aber im Voraus sagen, Knock at the Cabin ist doch wieder richtig, richtig gut geworden. Der Typ hat es noch drauf und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Revival, dass er das Ganze, was er früher gemacht hat, doch noch kann, wenn auch nicht im Detail nochmal genauso gut. Interessant ist hier, weil wenn man den ersten Trailer gesehen hat, sieht man, dass so diese Familie in diesem Haus da ist und dann kommen diese Fremden und wollen da rein und ich dachte so, hey, das ist jetzt dieser ganze Thrill oder es geht zumindest eine Stunde darum, wie die versuchen, in dieses Haus reinzukommen und man hat sich dafür was ganz, ganz Cooles entschieden und zwar der ganze Trailer sind wirklich quasi nur die ersten 10 Minuten des Films. Der Trailer zeigt wirklich nur die ersten 10 Minuten, alles was danach kommt, sieht man gar nicht kommen teilweise, dann wieder doch, aber trotzdem fand ich das ziemlich, ziemlich cool, dass der Trailer da wirklich relativ viel, aber doch nichts vom Film an sich verraten hat. Die großen Stärken des Films sind nämlich nicht unbedingt die Story, die ist zwar doch bis aufs Ende hin eigentlich relativ spannend, aber man merkt auch schon in den ersten 5 Minuten, dass es eigentlich ein Film für Schauspieler ist, mit tollen Rollen für Zwischenmenschliche, mit vielen Dialogen und so. Gerade ganz am Anfang kommt Leonard auf dieses Haus zugelaufen, findet die kleine Van und versucht sich ein bisschen mit ihr anzufreunden und da merkt man schon, der Film hat schon so ein paar arthausige Anleihen, es gibt lange Dialoge, es gibt kreative Kameraeinstellungen und so, das merkt man schon in den ersten 5 Minuten und so, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es die Leute spalten wird, weil Action, Horror oder ganz krasser Thrill gibt es in dem Film relativ wenig. Es wird schon sehr, sehr viel gesprochen, es gibt sehr viel Dramatik, sehr viele Dinge, die man sich vorstellen muss und so, ist glaube ich nicht für jeden was. Ich möchte deswegen auch nicht viel über die Story reden, ihr wisst, wie es im Trailer ist, die wollen da rein, haben gesagt, hey, einer von euch muss jemand anderen von euch umbringen, um die Welt zu retten und natürlich ist es so, dass die 3 da nicht sonderlich dran glauben, was diese 4 da eben von sich geben und ohne jetzt viel zu viel zu sagen, aber das Ganze wird in dem Film noch super, super unangenehm und bringt einen häufiger zum Strugglen, als man noch denkt, was jetzt eigentlich genau Sache ist und da sind wir wieder bei der Sache, ist es A oder ist es B und es zieht der Film eigentlich relativ gut durch, leider nur bis in den letzten Axt. Das Ende fand ich dann doch irgendwie ein bisschen enttäuschend, storytechnisch und so, da habe ich gedacht, oh, da kommt noch irgendwie was oder da hat man mich jetzt auf eine falsche Fährte geführt. Nee, das Ende ist leider vorhersehbar. Vieles in dem Film ist gar nicht so krass vorhersehbar, das Ende aber leider schon und so steht man am Ende dran und denkt sich so, hm, bei dem Ende hat mir doch irgendwas gefehlt, ich kann es auch nicht genau sagen, was irgendwie war das Ende da nicht so geil, aber trotzdem muss ich sagen, die ganze Geschichte, alles drum rum, wie es erzählt ist und so, war dann doch mal eine entspannte Abwechslung zu dem ganzen stumpfen Action-Gedöns, was man sonst so größtenteils im Kino sieht, ohne viel Substanz, ohne viel Schauspielkunst und so, komme ich gleich noch drauf. Deswegen die Story, ja, bis zum Ende hin, bis zum letzten Akt, fand ich die echt, echt cool. Die ganze Geschichte des Films, die bringt einen schon tatsächlich sehr krass zum Nachdenken, wie anfangs gesagt, was würde ich in der Situation tun und das ist richtig, richtig spannend. Der Film spricht viele interessante Sachen an, es geht um Angst, es geht um Verzweiflung, es geht vor allem auch um Glauben und so und was da dazugehört. Deswegen ganz spannende Themen, die der Film da aufmacht und teilweise aber halt auch leider ein bisschen schlecht beantwortet, was es trotzdem nicht bedeutet, dass ich da rausgegangen bin und dachte, was für ein Bullshit, sondern, ja, macht einen nachdenklich. Von dem her hat der Film da auf jeden Fall Pluspunkte über mir gemacht. Ich könnte es noch über jeden einzelnen Schauspieler irgendwas sagen, die einzige wirkliche krasse Überraschung für mich war, dass Batista dabei ist und eine wirklich tiefsinnige, vielschichtige und auch emotionale Rolle bekommen hat in dem Film. Ich meine, man kennt ihn eigentlich gar nicht so. Ich habe schon in Interviews gehört, er hat Bock, ein bisschen ernsthaftere Rollen zu spielen und man sieht in Knock at the Cabin, dass er das tatsächlich kann. Das ist einfach so ein riesen Muskelberg, der wahnsinnig gefühlvoll rüberkommt und so und das fand ich einfach richtig krass überraschend. Gleichzeitig fand ich auch cool, dass Rupert Grint dabei ist. Die meisten kennen ihn als Ron Weasley aus Harry Potter und er ist eigentlich auch ein viel zu guter Schauspieler, als einfach nur Ron Weasley zu sein und so, den da auch wieder zu sehen, fantastisch. Und deswegen, einfach um das kurz abzuschließen, alle Schauspieler sind wirklich durch die Bank fantastisch in dem Film und ich meine, die tragen auch diesen ganzen Film, diese ganze Story, weil 90% des Films spielt halt echt nur in diesem Haus und dieses ganze Zwischenmenschliche und in den Dialogen und so. Die Schauspieler haben das Ding allgemein echt krass gerockt. Reden wir noch über die Kameraarbeit und die ist tatsächlich auch fantastisch, habe ich auch nicht wirklich kommen sehen, hat öfters mal so ein bisschen so ein arthausigen Style und so, hält drauf, geht oft sehr nah an die Charaktere ran, es gibt ein paar echt richtig schöne Kamerafahrten und ich muss wirklich sagen, fantastisch. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr so schöne Kameraarbeit gesehen, ein bisschen kreativ, lässt auch oft Sachen weg, ich muss ehrlich sagen, gerade Brutalitätsspitzen, die sieht man in dem Film fast gar nicht, es passiert fast alles im Off und es ist so ein bisschen wie bei Oldschool Horrorfilmen, dass man nur hört, was gerade passiert und der Grauen sich in seinem Kopf so entwickelt und so und es hat die Kameraarbeit perfekt hinbekommen, also wirklich fast alles Brutale, was da passiert, kriegt man gar nicht zu sehen, aber durch die Kameraarbeit ist das Ganze dann doch irgendwie wahnsinnig spannend und morbide geworden, deswegen Kamera und Look absolut top. Special Effects gibt es auch relativ wenige, wie gesagt, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein relativ low-budget Arthouse-Film, wenn es die ein bisschen teureren Schauspieler nicht wären, muss ich sagen. Ja, schwierig. So aufs Ende raus, ein paar Sachen sehen dann doch ein bisschen billig aus, jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich es schon in vielen, vielen anderen Filmen im Kino gesehen habe, versteht mich nicht falsch, aber mit ein bisschen mehr Geld, hätte man dann noch so ein bisschen die Kirsche auf die Torte packen können, was so Effekte angeht, auch wenn es nicht viele Effektshots gab. Die Musik in Knock at the Cabin ist ebenfalls richtig, richtig cool, gerade dieses Klopfen, dieses bedrohliche Klopfen, ich meine, der ganze Film heißt so, das zieht sich durch ein paar Tracks in dem ganzen Film und so und gerade wenn es so Stellen gibt, die einen so überraschen oder so krass morbide rüberkommen oder einen so unvorhergesehen erwischen, dann ist die Musik wirklich eindringlich, fies und untermalt das Ganze und dann steht man wirklich auch ein bisschen so durch das Feeling der Musik so da und denkt sich, boah, nee, 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 das passiert jetzt nicht wirklich und so, deswegen auch die Musik war echt, echt gut. Um die Anfangsfrage zu beantworten, ist M. Night Shyamalan wieder bei seiner alten Stärke angekommen? Teilweise, muss ich sagen. Diese ganze Story mit, ist es jetzt das oder das, funktioniert fantastisch, es gibt wahnsinnig schöne Shots, fantastische Schauspieler, die ganze Story ist relativ spannend, leider halt bis zum letzten Akt, wo man dann irgendwie alles schon kommen sieht und da kommt halt dann irgendwie auch kein großer Boom mehr, wie es aber halt öfters vorher schon war und so, das fand ich ein bisschen schade. Das hat den Film für mich ein bisschen runtergezogen, muss aber doch sagen, dass ich ordentlich viel Spaß mit dem Film hatte und einen echt ordentlich zum Nachdenken anregt. Alles in allem bekommt der Film deswegen von mir auch sieben von zehn Punkten, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal mit sowas um die Ecke kommt. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, der Film hat mich richtig krass zum Nachdenken angeregt. Man muss aber auch wirklich sagen, man muss auf Dialoge stehen, man muss auf gute Schauspielarbeit stehen und der Film hat dann tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wenig Schauwert. Das war es von meiner Seite aus. Habt ihr Knock at the Cabin gesehen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich bin wahnsinnig gespannt, wie der euch gefallen hat, weil ich glaube, der wird so den einen Leuten richtig gut gefallen und den anderen wieder gar nicht. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich wie immer sehr und sage damit Tschau, bis zum nächsten Mal. Und dann geht es mir bitte in die Kommentare.